Na dann los, Leute! Auf zu unserem Treffen mit Onkel Stripe und Muffin im Park! Oh nein! Was ist? Oh nein, nicht der klebrige Gecko. Diese Folge von Bluey heißt Rettung. Kommt, Kinder! Wir wollen doch Muffin und Onkel Stripe nicht warten lassen. Aber ich muss Geckolein fangen. Oh, Bingo! Das wird lange dauern. Wir müssen Geckolein herunterhelfen. Gute Idee! Holen wir uns was zum Draufstellen. Immer noch zu hoch! Wir kommen nicht dran! Kommt, Kinder! Gehen wir zum Park! Ich hole Geckolein was Weiches für die Landung. Nur für alle Fälle. Kommt, Kleine! Fragen wir deinen Onkel Stripe nach dem nächsten Teil der Karte. Hurra! Wir sind da! Wo treffen wir Muffin und Stripe? Mal sehen! Ah, bei der Burgfestung! Burgfestung? Dieser Ort ist riesig! Bluey, wo ist die Burgfestung? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, wie wir es herausfinden. Lasst uns den Rutschenhügel hochgehen! Oh ja! Von da oben können wir den ganzen Park sehen! Na gut, gehen wir da hoch und schauen, ob wir Muffin und Stripe finden. Okay! Wow! Was für eine Aussicht! Haltet nach der Burgfestung Ausschau! Ich sehe sie nicht! Ich auch nicht! Da sind zu viele Bäume im Weg! Was, wenn wir euch Huckepack nehmen? Von weiter oben könnt ihr noch weiter gucken! Oh! Okay! Komm, Bingo! Suchvorgang läuft! Läuft! Schaut da drüben! Wir haben sie! Baboom! Geht voran, Mädels! Hallo, Muffin! Hallo, Bluey! Hallo, Bingo! Siehst schick aus, Kleine! Ah ja! Muffin wollte für Kleidenspielen! Oh, nettes Krönchen, Muffin! Danke! Ich bin eine Prinzessin! Was wollen wir spielen? Oh, spielen wir Der Boden ist Lava! Au ja! Prinzessinnen spielen, glaube ich, nicht Der Boden ist Lava! Ich glaube, die stehen bloß rum und winken und sind hübsch! Oh! Ich weiß was! Du bist eine Prinzessin in einem Turm und wir spielen Der Boden ist Lava, um dich zu retten! Ja! Aber ihr müsst euch auch verkleiden! Okay! Dad! Ja, Muffilein? Wo sind meine Kostüme? Die brauchen wir für Der Boden ist Lava! Ich glaube, die hast du auf dem Spielplatz mit der Seilbahn gelassen! Wir gehen sie holen! Na dann los, Leute! Okay, Leute, wo sind die Kostüme? Ich glaube, ich sehe sie! Prima! Holen wir sie uns! Halt! Du bist in der Lava! Was? Wir spielen Der Boden ist Lava, schon vergessen? Oh Mann, diese Lava ist echt überall! Aber wie kommen wir an Muffins Kostüme ohne den Boden zu berühren? Wir müssen dorthin klettern und springen! Mein Muffins Kostüme ohne den Boden zu berühren! Ich bin der Boden der Boden zu berühren! Ich bin der Boden! Ich bin der Boden! Ich bin der Boden! Das ist ganz schön weit. Stimmt. Aber wir können von dem Frosch dort hochspringen. Wenn wir es schon machen, dann auch richtig. Dad! Gut gemacht, Mädels. Gehen wir zurück und spielen mit Mache. Wir haben sie. Danke, Bluey und Bingo. Na dann, viel Spaß, ihr Heldin. Dad geht jetzt die Beine hochlegen. Nein, du musst mitspielen. Im Kostüm. Oh. Bitte, bitte. Na schön. Einspielen. Hurra! Sind alle mit ihren Kostümen zufrieden? Ja. Nein. Du siehst umwerfend aus, Kumpel. Aber da sind noch mehr Kostüme in der Kiste, wenn du dich umziehen willst. Okay, fertig. Hurra! Hurra! Prima. Zeit, die Prinzessin zu retten. Ich bin so aufgeregt. Also, wie beim letzten Mal. Wir müssen einen Weg finden, Prinzessin Muffin zu retten. Okay, aber wir dürfen aber nicht die Lava berühren. Ach. Da sind wir. Prinzessin Muffin, wir kommen dich zu retten. Gut. Binken und hübsch sein macht müde. Nehmt dies als eure Belohnung. Oh, das glänzt. Danke, Muffin. Komm, Muffilein. Gleich gibt's Mittagessen. Okay, Dad. Oh, Mädels. Wolltet ihr Onkel Stripe nicht noch was fragen, bevor wir gehen? Oh, ja. Onkel Stripe, erinnerst du dich als Kind eine Schatzkarte gemacht zu haben? Mich erinnern? Wie könnte ich das vergessen? Ich hab sie hier in meiner Geldbörse. Echt? Hier, seht sie euch an. Wow. Onkel Stripe, was für ein Schatz ist das? Nun, als wir Kinder waren, hatten wir das tollste Spielzeug der Welt. Es war... Dad, ich platze gleich. Gehen wir... Ah, gleich, Muffilein. Aber ich platze gleich. Tja, tut mir leid, Mädels. Wir müssen los. Verliert das nicht. Tschüss, Bluey. Tschüss, Bingo. Tschüss, Muffin. Schau, Bingo. Wir haben noch einen Teil der Karte. Jetzt fehlt noch ein Teil. Hurra. Okay. Komm, Bingo. Klasse gemacht. Du hast die Episode abgeschlossen. Jetzt kannst du Der Boden ist Lava spielen. Ich habe noch einen Teil der Karte.